In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie sich mithilfe unseres Einladungslinks in der App registrieren können. Sobald Sie per E-Mail einen Einladungslink von uns erhalten haben, öffnen Sie diesen bitte am Handy. Dann klicken Sie auf Account aktivieren und Sie werden in App Store oder Google Play Store weitergeleitet, um die App herunterzuladen. Nachdem Sie die App erfolgreich heruntergeladen haben, gehen Sie bitte zurück zur E-Mail und klicken nochmal auf Account aktivieren und auf Öffnen. In den nächsten Schritten bestätigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, legen ein Passwort fest und geben Ihre Kontaktdaten ein. Nach dem Klick auf Login sind Sie automatisch in der App angemeldet.